So Leute, es ist Montag, wir sind wieder Trainsport in 18 Uhr, vielleicht wird der Talent kommen, ja, weil heute ist ja wieder Montag, wir wollten den Vormittag gehen, da hat es aber geregnet, deswegen Nachmittag, äh, Abend meine ich, ich habe das ja immer so gemacht, es gibt drei Möglichkeiten, wann ich gehen kann, entweder Vormittag, Nachmittag oder Abend, ja, damals, also, im Winter gibt es nur eine Möglichkeit, ja, im Winter gibt es nur zwei Möglichkeiten, weil am Abend, im Winter kann man nicht Trainsporten, da ist einfach zu dunkel, dann müsste meine Kameras irgendwie so, besser sein, aber ich werde mir eh bald ein neues Handy kaufen, so Leute, jetzt will ich was wichtiges ansprechen, und zwar, Leute, ich habe jetzt zu Hause, ähm, habe ich eine externe Festplatte, und da werde ich jetzt die Zugwieder immer drauf sichern, Das heißt, immer, wenn ich neue Zugwieder aufgenommen habe, werden die da gesichert, weil das werde ich jetzt, das werde ich jetzt immer so machen, damit dann, was ist, was ist denn da oben? Also die Vögel, ich habe gerade gedacht, ja, der Stefan ist ja auch schon da, oder mein Bruder auch, aber wir sind auf der anderen Seite, oder da, was, Stefan, was spürst du? Pokémon, guck mal, wie ich mein Pokémon genannt habe. Wichser, ja, und ich werde jetzt die Videos immer sichern, also der Stefan zuckt gerade Pokémon Go, hat ein Pokémon gefangen. Hier blinkt auch hier was oben der Autobahn, der Bus fährt schon, Leute, also, ich werde jetzt meine Zugvideos, werde ich jetzt immer sichern, weil ich habe jetzt schon wieder 1100 neue gemacht, nur deswegen werde ich sie, ja. In drei Minuten kommt der Talent schon, ja, ich weiß, der Talent kommt gleich. Weicher stellt sich. Weicher hat sich gestellt, der Bus kommt hier unten auch schon. Ja, also, Leute, ich werde jetzt meine Zugvideos immer sichern, damit ich sie nie verliere, und damit ich halt, ja, nicht mich wieder aufrege, wenn mein PC Schrott geht, dass halt die Videos alle weg sind. Weil das ist schon, war schon einmal, Leute, und aus Fehlern lernt man, und jetzt weiß ich halt, ich werde das jetzt immer sichern, ich habe auf extra so eine neue Partition sozusagen, also, wenn ihr auf Computer klickt bei eurem PC, dann sind ja die Festplatten, und da sind halt so Partitionen, wo man das drauf speichern kann. Da habe ich jetzt was gemacht, so eine extra für Zugvideos, und da baller ich das Ganze drauf, auf eine 1TB-Festplatte, das reicht ja eh, weil auf den USB-Stick passen ja nicht 100GB bei mir drauf, höchstens 64 oder so, oder 50. Ja, Leute, also, ich würde sagen, das war's, wir sehen uns bis gleich, wenn nach Talent kommt. Talent. Na, war fehlend. Sorry, ihr wollt nicht mehr. Ich habe auch schon noch Fotos drin, da. Hosenbach, ich habe auch schon noch Fotos drin. Ja. Wo steht da? Hosenbach? Hosenbach, Alter. Hau, wir gehen zu bläsen, statt Rosenbach, Hosenbach. Hau, wir gehen zu bläsen, statt Rosenbach, Hosenbach. Aua, es fängt an zu regnen. Fangs regnen, okay, egal, wir bleiben da. Ich stehe, ich schalte das auf meine Kamera. Ja, schnell, das da. Ich bin hier. So, jetzt fährt er ein. Scheiße, wieso muss der Radlin stillen? Das können wir nirgends herunterbringen. Was sieht denn der Stefan, bis er dabei geht? Es regnet schon ein bisschen. Ja, Leute, bis gleich. Der Talent wird gleich abfahren, Leute, bis gleich. So, Leute, Talent fährt ab. Was ist denn hier, bis jetzt? Gott, das ist Dich. Oh. Oh. so die foto sind jetzt nicht so gut geworden es fängt an zu regnen leider aber bis später so leute die weiche hat sich gerade gestellt leute bis gleich so leute schnellzug so 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 Leute, der Schnellzug sollte jetzt eigentlich kommen, aber noch ein Autorzug ist noch hier gefahren. So Leute, jetzt hat sich gerade hier die Weiche gestellt, bis gleich wird der Talent kommen, bis gleich. Wir machen hier echt nichts. Oh Gott. Scheiße. Die Reise ist wirklich auf vorne. Ja, bis später, wenn der Schnellzug oder der Talent abfällt. So, bei mir gehst du noch weiter. Ich muss noch erstmal, mein Handy ist voll mit Wasser. Sein Handy ist voll mit Wasser, Alter. Weil jetzt gerade etwas regnet. Mit Regentropfen. Jetzt wird's kaputt. Jetzt wird's gleich... Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich zeig's euch gleich nochmal. Schaut mal an, was er hier... Er hat alles zertreten. Ja, ich kann nicht schnell filmen, Leute. Weil man kann nicht so gut filmen sonst. Ja Leute, dann bis später. So Leute, jetzt hat sich gerade die Weiche gestellt. Leute, der Schnellzug wird gleich kommen. Bis gleich. Schnellzug. So Leute, jetzt ist der Schnellzug. Ist Gott. Und der braucht den Kaputchen. Der ist aber nah dran. Leute, wenn man sich hier... Hätten die Kinderkugel stehen. Die Kinderkugel ist hier mal oben. MLG steht da oben. Auf der anderen Seite. MLG steht da oben. Am letzten Waggonen steht da gerade so in grün. Ah? Steht da MLG drauf? Leute, die Scotch dauert schon wieder. Es regnet schon. Es regnet gerade ein bisschen. Wenn du Kapuzen laufst. Ja, ja, ja. So Leute, gerade hat sich die Weiche gestellt. Leute, eine Minute noch. Eine Minute noch. Eine Minute, eine Minute noch. Dann fährt der Talent ab, Leute. Bis gleich. So, er fährt ab. Ich freue mich schon auf mein neues Handy, weil ich bekomme bald ein neues Handy, Leute. Dann ist die Kameraqualität endlich etwas besser, Leute. Dann kann ich... Dann... Dann sieht man wirklich alles. Dann sieht man alles. Die ganzen Berge in Full HD. Dann ist die Kamera wirklich besser. Bald. Dauert aber noch ungefähr... Ein bisschen. So ein paar Wochen ungefähr. Oder ich weiß nicht, ob ich... Vielleicht bekomme ich schon gar morgen. Morgen fahre ich in die Stadt. Deswegen... Kann sein. Wenn ich darf. んだig. Dann gehen wir mal hin. Also, ich bin auf jeden Fall drauf. Ich bin auf jeden Fall. Dann rieche ich mal rein. So, mein Bruder filmt da unten auch. heute wir sehen uns dann morgen wieder ja dann würde ich sagen bis morgen tschüss